Willkommen zur 89. Folge von WURFENGENAU Jetzt gehts weiter wieder mit der ultra geilen, spannenden, mit züchten Sequenzen geizenden Quest Ja, sorry, ich bin schon ein bisschen enttäuscht Ich sparte immer noch mal Render-Sequenzen und nicht nur... Was muss man eigentlich dieses Mal machen? Genau Ah, gut, dann sind wir mal gespannt Schön, dass wir darüber gesprochen haben Ja, also wir haben ja den Chroma-Helm jetzt endlich gebaut Und was haben wir, ich glaub, Casiso-System Boah, ist echt... Da ist es, wenn wir uns zwei Teile bauen müssen, ist das immer so große Spannen zwischen den Quests rein spielerisch Ja, ist auch egal, auf jeden Fall haben wir schon zwei Teile, es fehlt uns noch ein drittes Teil Und dann kommen wir Chroma langsam ziemlich nahe und... ja... Ist ja auch mal was, oder? Nicht wirklich Ja, ist ja besser als sie nix Das wäre cool, wenn man einen Drachen töten müsste und aus dem Drachen machen wir dann Chroma Das wäre mal ein cooler Endgegner auch Weiß? Vor allem in der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen über die Lore, sag ich jetzt mal, von Warframe geredet Und... ja... Der Wunsch nach einer richtigen Story, der hat sich, oder ist bisher noch nicht verflogen So wie gesagt, hast du ja auch grad einen Stillstand auf dem PC Also momentan, also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade das Video aufnehmen, ist die PC-Version quasi nur ein kleines Update wieder vorne Und... weiß nicht, was die jetzt grad machen, ob da jetzt... Die haben Urlaub Ja, genau Sie sind ja verweilen, knallen sich zu Ich will auch Ich weiß, dass die mal ja angeplant haben, Unterwasser-Levels und sowas einzuführen Aber ich weiß es halt nicht, soll sowas mit einem 17-Update kommen, oder... keine Ahnung Bin da momentan auch ein bisschen überfragt Ich mein, der Raid lässt sich auch noch auf sich warten, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Traurige momentan noch Ja, das ist das erste Mal, dass man falsch rum reinläuft Ja, okay Ja, hast du gedacht, ja? Oh, verdammt... Rechts auch Das ist auch momentan so für uns jetzt auch so ein kleiner Punkt, wo grad ein bisschen zäh ist für uns auch so als Spieler Es gibt zwar neue Waffen Und es gibt einen neuen Warframe Aber des Rechts ist grad so die Motivationskurve nicht unbedingt Im Himmel Da war eigentlich der Raid so... Ja, ich weiß nicht, darauf haben uns eigentlich jetzt wochenlang gefreut Und dann sagen die Fick... Ihr kriegt den erstmal noch nicht Und der PvP hat was Oh, du bist echt... Aber ich find irgendwie das Capture the Flag ist halt schon ein bisschen auch langweilig Ah, wenn ich jetzt wegen dir stirbt... Voll die Fresse! So... Müssen wir jetzt da runter, oder? Mi, 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 mi... Kommt wieder der Spacke, wo man töten muss Man weiß es nicht Was zum Teufel? Hä, wir müssen Chroma töten Hörst du stehen? Wir müssen Chroma, das ist ein Thesisgännis machen... Oh ja! Das können wir schon Der hat meinen Carrier getötet, die Drecksau... Der hat meinen Carrier getötet, die Drecksau... Ich mach irgendwie keinen Schaden... Boah, ja genau... Wie ich sowas hasse... Was denn? Falsche... Taste... Und dann Brüllen statt... Eisnaut Und dann... Das ist fett, oder? Dann tot Ist auch gut Glaub ich Glaub ich Ich... Ich mach ein bisschen Ich weiß auch... Mit... Ja, wir müssen den scannen, aber... Das geht nicht... Kannst du mal ausprobieren, ob du den scannen kannst? Da ist die nächste Frage... Hast du ja einen Scanner dabei? Das ist eine gute Frage Ja... Hast du da links... Mal probieren den zu scannen Ja, ok, hast du gut gemacht Wenn ich in Historie bin, kann ich nicht scannen... Das ist echt fett, ich kann es auswählen, aber ich kann nicht scannen Boah, ist echt... Aber das war jetzt wenigstens mal cool gegen einen anderen Warframe-Kämpfen und so als Dings, oder? Ist das schon tot, oder was? Nein, wir mussten den nur scannen Wow... Ja, ich weiß... So geht es mir auch gerade Wo komm ich raus? Hm? Wo komm ich raus? Ich weiß es nicht... Ich will nach Hause... Oh, hier ist die Treppe... Hier ist die Treppe... Jo... Du kannst nicht sterben? Ja, ich bin mal hier Du bist neidisch! Tierisch... Du bist echt neidisch... Ich hab grad vorher gedacht, warum schießen meine Soma so beschissen, aber ich hab die kleinen in der Hand Achso... Die... Akasomatia heißen die, ne? Ja... Unten aufgelevelt ist halt ein bisschen... Käse... Aber die sehen eigentlich ganz lustig aus... Also, man sieht auf jeden Fall gleich... Dass das wirklich kleine Mini-Soma sind... Da würde ich eigentlich cool finden... Ähm... Wenn es da quasi von jeder... Tollen Primärwaffe so ein Set gibt... Also von der Boltor müsste es noch was geben und so... Und äh... Vielleicht von... Was weiß ich... Ocris und unser Zeug... Ich hab grad gesehen was da war... Was? Wo? Also wenn du da rausglaschst und bist kein... Tanker oder sowas... Kann sein, du bist gleich am Arsch... Wieso? Weil die sind gerade in Reihe und Glied also... Und da haben gleich alle gleichzeitig geschossen... Ist gut, oder? Die haben es dir gedacht... Ist mit der Kommand... Nein... Oh... So verschremdlich hocken... Fatsack! Kann ich auch da auch noch einen... Warframe nehmen? Nein... Ich würd ja... Ding nehmen... Weis denn? Ja, ist C4... Nein... C4 ist nun Glück voll... Ah... Echt? Ich meine die Disco-Kugel... Mirage? Ja... Fehlt aber nur Argon... Ich hab doch gar gesagt... Ich würd ja... Die nehmen aber... Argon... Fehlt... Ein bisschen Argon behindert... Oh... Da da da... Ja... 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 Cool wär auch so... Anstatt... So die einzelnen Warfilms zu formen... Sondern gegen so einen Warfilm-Kämpf... Aber dann müsste der auch stark sein... Und nicht so... Tot... Aber wenn er so wäre... Der Stalker ist auch scheiße... Ja... Der Stalker ist auch... Früher war das so... Fuck... Er kommt... Heute ist er so... Ha... Kommt... Hahahaha... Wenn man was Gutes dabei hat... Wenn man Schrott dabei hat... Ist das... Na gut klar... Das geht's natürlich immer... Also ich bin gespannt... Was wir für Chroma System brauchen... Chroma... Chroma... Oh ja... Argon-Kristall und Selmensystem... Auch du bist so witzig... Echt? Und Oxium... Zum Glück hab ich nicht genug... Was? Ne... Was? Ne... 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 Chroma System... Das ist ganz oben links... Ja... Zum Glück geht's ja wie mir... Das heißt... Wir müssen jetzt erstmal wieder... Saren System... Farben... Und... Dann... Zweimal Argon... Juhu... Vielleicht haben wir diesen... Vielleicht haben wir mal mehr Glück mit... Mit... Argon Farben... Wie die letzten Male... Und... Oxium... Aber Oxium kriegt man relativ einfach... Das ist witzig... Du hast gleich viel Oxium... Du hast 3 und 2 und 3... Ja... Ich hab... 6 mehr wieder... Früher wäre das voll ätzend gewesen... Hey... Ich brauch viel und Oxium... Oder? Du hast das halt... Wo das Oxium kam... Das war echt... Das war echt... Im Lauf... Wenn's gut kommt... Fünf Oxium dabei gehabt... Schon mal vorderbeschützt... Oh ja... Aber zum Glück haben sie da was getan... Gut... Ähm... Das war's dann eigentlich schon wieder von... Von der ultra tollen Quest... Ähm... Vergehen... Sehen möchtet... Achso... Du wirst jetzt nicht aufnehmen... Was? 7... Ja... Das auch... Aber vielleicht... Hat da jemand einen Wunsch... Abseits davon... Ich... Vielleicht... Ja... Vielleicht... Wir machen uns immer Gedanken... Was könnten wir heute zeigen? Ähm... Sitzen wir so da... Zucken in unseren Bart... Und denken... Merde... Fuck... Ähm... Ne... Spaß was hätte... Also wie gesagt... Falls ihr da Wünsche habt... Einfach in die Kommentare schreiben... Wir kommen dann... Immer... So... Es geht nach... Ähm... Und... Ja... Also ein Forschungsvideo von... Von... Neuern Warfam... Das... Kümmern wir uns schon drum... Nur... Er geht jetzt... Mit bald für ein paar Tage in Urlaub... Mi... 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 Und... Deswegen verzöge es sich noch ein bisschen... Aber... Wir kriegen das schon noch hin... Schöner Zukunft... Ja... Also... Vielen Dank fürs Zuschauen... Und weiterhin viel Spaß mit... Wolf...